ja machen wir denn jetzt was 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 großprojekt machen großprojekt baut ja schön ich versuche die tv-geräte hinzukriegen ach so stimmt das hat er hier rein ist schon bezahlt ja noch mal ein dankeschön rhein wie mache ich denn das dahin wie bringe ich denn das dahin du gehst auf das großprojekt und tust unten einfach ressourcen schicken drücken ja warte mal was baue ich muss schon schicken ich glaube ich schicke den jetzt schon tv-kisten und regierung wo kriegst du die tv-kisten her keine ahnung wenn mir das jetzt einfach angezeigt hätte ich das jetzt schon machen doch mal ich kann doch mal gerne mal gucken ich hab aber nur ich hab nur kohle und und erz wenn er kann die andere Sachen nicht schicken und schießt dann da um also ich mache damit halten ich brauche hier ihr erzweckler um ich möchte jetzt von erz hier kommt immer etwas wo ein und das gibt es doch nicht meine ganze stadt schon mal abgebrannt hier echt einundzwanzig trümmer oh bei mir geht es ja diesmal noch aber ich will auch was mal anpassen ich weiß gar nicht was ich da machen soll ähm weißt du wie ich jetzt die gierung äh ne metall krieg mit der schmelzhütte irgendwie kannst du die bauen oder du kaufst das zeug halt ein und schickst da hin schmelzhütte irgendwie ich reiß erstmal nichts ab hier ähm wo ist denn die schmelzhütte? weißt du das? das ist wirklich äh bei bei spiel spezialisierungen und dort bei Metall oder ne Bergbau ne Bergbau wo sind die Bergbau ganz links ja warte schmelzhütte 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 ne Schmelzhofenabteilung was mit der Metallzentrale wo habe ich die Metallzentrale ich brauche erst ne Unterhaltungsabteilung und ne Elektronikzentrale Wasser knapp ach scheiße man was ist denn mit dem Wasser hier ich reiß jetzt hier irgendwas ab ich reiß jetzt das hier hier Wasser drunter schmelzhütte du musst wirklich die 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 Pumpstation genau neben die Kläranlage aufbauen bei mir ist das wirklich komplett Grundwasser alles okay ähm Philip? ja du lagst irgendwie passiert du hast grad irgendwie gelenkst bei mir du musst sie durch ja so warte mal ich reiß jetzt hier erstmals ab hier ja ich reiß jetzt das hier ab LOL hast du das? was? alter katastrophe hab ich grad gehabt alter das ist ja erschreckend bei mir brennt schon wieder alles oh ähm ähm philip kann ich das radhaus abreißen? äh das weiß ich ne ja komm mach mal die auch noch weg hier so jetzt ja da brauchen wir unbedingt Wasser hier ja nach cannot Putin ganz sch auf sch ת und sch von und wird schon ist mit dem Wasser ist noch nicht mehr eine Endlösung um den Froschen Diktierungsmangel User in your channel timed out Hello? Ja, ich bin noch da Ich hab dich auch noch... Was zu viel kostet das? Boah User entered your channel Oh da ist er wieder 111.000 kostet so'n Scheiß-Re-Re-Cycling-Zentrum, das ist doch blöd 111.000 kostet... So dann mach ma das 3.000€-Cosino auf und das ist aber nicht denn dass sie über die mitteilten die nicht ergeben 60.000 muss ich hin das auch 200.000 weiter die Erteilung schaschen abzöcke ich mache sogar als Minus in einer Stunde alter warum das denn ja warum mache ich jetzt Minus in einer Stunde so Feuerwehr Risto was meinst du soll ich eine richtig fett ausgebaute Feuerwehr abreißen ne es wird schon überlassen ich glaube da brauche ich lieber eine Hand weil die stört da so beim Wasser dann kauft ihr halt noch ein bisschen Wasser von den Nachbarn ein wir haben da alle genug oder aber ihr bringt auch nicht genug du da baue ich halt noch ein paar Pumpstationen ran ich kann ja mal gucken ich meine jetzt geht es gerade noch so mit dem Wasser aber ich kaufe schon von welche ist deine Stadt Rindsheim ja genau von der kaufe ich schon ja hast du aber nicht so viel jetzt habe ich plötzlich 262.000 kommt das ja oh hier ähm immer muss eine neue Stadt gründen was da spezialisiert ja echt mal ähm ich glaube ich werde das mal eine neue Stadt machen ja mach mal wie mache ich denn eine neue Stadt möchte ich jetzt zurück zum Hauptbindel ne ne da kannst du auf Regionserzicht du klickst die freie Stadt noch ein und dann beanspruchen ach was habe ich dann zurück zum Hauptbindel egal